Schatz, komm, die warten. Ja, ich komm jetzt, entspann dich. Wir müssen auch mal einhalten und wir sagen uns so, da müssen wir da sein. Ja, das ist ein Brotenspiel. Hä? Wer ist das? Hallo, Papa, wie geht's? Papa? Vian, was machst du hier? Sollst du nicht erst in einer Woche hier sein? Ja, ich dachte, ich komm ein bisschen früher. Ich hab dich vermisst. Hallo? Kannst du mir erklären, wer das ist? Ich bin seine Tochter. Was? Willst du mich verarschen? Wieso sagst du euch, dass du eine Tochter hast? Ich wollte es dir noch sagen, Schatz. Vian, komm mal. Was soll das, Mann? Warum sagst du mir nicht, dass du eine neue hast? Schuhe, warum sagst du mir nicht, bin ich dein Vater oder bist du mein Vater? Hast du schon vergessen, wer deine ganze Beziehung sabotiert hat? Bäh. Mädchen, ich schwöre, drohe mir nicht. Ich schwöre, ich geb dich im Heim ab. Mach meine Beziehung nicht mehr kaputt. Okay, mach ich's nicht, mach ich's nicht. Versprochen? Ja, versprochen. So, steigt ein. Übrigens, das Video hier wird von Smashers gesponsert. Was sagst du da? Nichts, nichts. Hey, da seid ihr. Kommt rein. Hi, guck mal. Hi, Carly. Freut sind wir. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ich wusste gar nicht, dass du deine Tochter entbringst. Ja, ich auch nicht. Ich aber. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Setzt euch hin. Das ist doch. Ja, endlich, lass meinen besten Freund kenn, seine Frau. Ja, wurde auch mal Zeit, dass wir sie kennenlernen. Ja, er hat schon so viel von euch erzählt. Endlich. Hallo, wie geht's? Geh mal weg und darf nicht so, du Kind. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Du bist selber ein Kind. Viren. Ja, ja. Verstehst du, ich meine? Das war das Ding. Hallo, mein Engel. Hallo, okay. Hallo, ich heiße Skawaii. Komm mal, komm mal. Wie süß du bist. Wie süß, ne? Ihr habt so ein süßes Kind. Ich mag euch irgendwie. Schau, die Viren ist auch süß, ne? Die Viren ist süß. Ja. Die Viren ist auch ganz süß. Ja, die Viren ist süß. Wo ist eigentlich der andere? Der Khaled. Der ist in seinem Zimmer. Ich habe mir so ein neues Spielzeug gekauft. Ach, der ist verrückt danach. Der kommt gar nicht mehr aus seinem Zimmerhaus. Ja, Kinder, wenn die mal ein Spielzeug in der Hand haben, ne? Aber ich sehe schon, du bist ein Kinderliebhaber geworden. Was redest du da, Viren? Willst du nicht doch ein Kind machen mit dieser Puppe hier? Jetzt weißt du, was ich meine, ne? Ach, ist doch nicht so schlimm. Dann doch Kinder. Hermione, geh mal deinem Bruder im Zimmer spielen. Okay, Mann, lass gehen. Viren? Wo ist Viren? Die ist mitgegangen. Warum nimmst du dir einfach Kind aus? Warte doch mal, entspann dich doch mal. Was denn? Bruder, lass dir doch mal mit den Kindern spielen. Was ist los mit ihr? Bruder, lass mich die holen. Vertrau mir, ich weiß, was ich mache. Ach Quatsch, lass die Kinder mal entspannen. Entspann dich doch mal. Okay, wie du meinst. Was macht der denn da? Was hat der da vor? Macht das nicht kaputt? Ach so, so holt man das raus. Boah, ich will das auch haben. Der hat aber coole Spielzeuge. Hallo. Wer bist du? Ich bin deine neue Bistofreunde. Was machst du da? Ich spiele mit meinen Dinos. Boah, das sieht so cool aus. Warum hast du so viele? Ich sammle die alles. Wir sind ja mega zum Sammeln. Es gibt fünf Dinos. Der Mega-Eck sind zwei. Und den Mini-Eck sind drei. Es gibt zehn Überraschungen in den Mini-Eck. Richtig? Genau. Und über 25 im Mega-Eck. Boah, cool. Die machen sogar Lichter. Du musst ja auch mal holen. Hm, ich will alle seine Dino-Eier haben. Wie mache ich das am besten? Oh, ich habe eine Idee. Das macht echt Spaß damit zu spielen. Khaled, ich bin kurz auf die Toilette. Okay, bis gleich. Khaled, da ist kein Kuh-Papier mehr. Kannst du mir welche bringen? Ja, okay. Danke. Ich schaffe es, ich tue es rein. Okay. Papa, hilf mir! Ist alles okay? Ich bin hier dran in der Toilette. Willst du das, Mädchen? Okay, okay, wir sind böse. Kommt, kommt, wir sind böse. Komm, komm. Nein, hoch, hoch, hoch. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Khaled? Komm raus. Was ist los? Was passiert? Ich habe mich eingesperrt. Wie? Wir haben dich eingesperrt? Wie? Hast du ihn eingesperrt? Ja, nur aus Spaß. Ich wollte mit den Dinos spielen. Aber deswegen brauchst du ihn doch nicht einzusperren. Entspann dich doch mal, Bro. Da sind Kinder, die wollen doch nur spielen. Ja, komm, wir sind nur Kinder. Wir spielen. Komm, Willa, steh auf. Aber ich will den Dino ein. Ja, irgendwann kriegst du den ein. Komm. Khaled, spiel weiter, mein Schatz. Spiel weiter, Khaled, ja? Ich tue hier alle rein, bevor die wegkommen. Guck mal her, so. Du bleibst jetzt hier sitzen. Ist was passiert, Khaled? Nein, alles gut, alles gut. Bleib hier sitzen. Alles gut, Khaled? Ja, ja, klar. Alles gut. Bruder, entspann dich doch mal. Es sind doch nur Kinder, Bruder. Evo, gehen wir in die Küche? Ja, können wir machen. Wir sind in der Küche. Okay. Bruder, die hat Andeutung wegen Heiraten gemacht. Umstände. Jawohl. Oder lass das sein. Ja, hast du recht. Einfach Auge tun. Hey Papa. Hey Onkel. Was denn? Wie geht's euch? Wie? Was willst du schon wieder? Wir sind gerade am reden. Papa, was hast du letztens gemacht, als Tante dich angerufen hat? Was? Ja, als sie Probleme hatte. Ja, ich habe mich mit ihr getroffen. Warum? Ach, du bist dann danach zur Oma gegangen, oder? Ja, ich habe bei ihr geschlafen, weil es Oma nicht gut ging. Aber das weißt du doch. Ja, genau. Als du mich nicht abgeholt hast, ne? Was stellst du mich denn überhaupt für komische Fragen? Frag mich nur so. Ach Onkel, eine Frage an mich für flüssig neue G-Klasse. Die G-Klasse? Boah, das wäre so geil, wenn ich die hätte. Ach ja, Onkel. Die Nachbarin nebenan. Wie heißt die eigentlich? Die Nachbarin nebenan? Das sind zwei. Die Vanessa und die Lisa. Ah ja, okay, okay. Einen letzten Vater habe ich noch. Schokobobs oder Bueno? Die sind beide unnormal lecker. Du hast mit dich gelohnt. Richtig ist wie die ist? Hä? Richtig. Und das ist so eine schöne Küche. Ach, dankeschön. Jetzt wird das alles schön zusammengeschnitten. Boah, das ist echt eine Traumküche. Ich will auch so eine irgendwann. Boah, ja, so eine gönne ich dir auf. Die ist praktisch. Na ihr Puppen? Kochen ist wohl nicht eure Stärke, ne? Wie bitte? Was versucht ihr denn da? Wir machen was für die Erwachsenen. Wieso ist mal lieber spielen die? So wie eure Männer mit euch spielen? Was? Also ich konnte mir nicht mal anhören, was die hinten geredet haben. Was willst du damit sagen? Was haben die denn geredet? Na ja, ihr Puppen. Eigentlich wollte ich das nicht zeigen, aber hier. Die Vanessa und die Lisa. Ja, ich habe mich mit ihr getroffen. Boah, das wäre so geil, wenn ich die hätte. Ja, ich habe bei ihr geschlafen. Die sind beide unnormal lecker. Okay, mach aus, reicht. Wisstest du, dass das so einer ist? Ja, ist du etwa? Naives Püppchen. Diese verlogere Männer. Nach dem, was ich für ihn getan habe. Und dann macht er mir sowas. Das reicht. Das kann halt nicht mehr. Ja, Alter. Ja, Alter, Alter. Verschwinden wir einfach. Erst sagst du, wie du es da verkehrt hast? Und jetzt noch Lisa? Ja, wieso reden die mal? Während wir in der Küche stehen, will ihr überfrauen? Wir haben doch gar nicht überfrauen. Haben wir nicht. Ja, ganz toll. Sollen wir euch noch Lisa und Vanessa holen? Warte mal. Vanessa? Lisa? Denn keine Junde! Wie an? Ich habe dir doch gesagt, die ist gefährlich. Du hast mir aber nicht gesagt, wie gefährlich. Jetzt weißt du es. Sehr gefährlich. Bäh. Was übertreibst du, Mann? Wir sehen uns die Tage, Bruder. Alleine. Ich will nicht meine Frau verlieren. Wie? Gefällt dir das? Was? Gefällt dir das? Lauf mal, bevor ich mich verliere. Lauf mal. Schatz, glaub mir. Ich habe keine andere Frauen. Das war alles wegen der Kleine. Wie kommt der Kleine auf sowas? Du kennst die nicht, Mann. Du kennst die nicht. Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Wow, willst du mich jetzt komplett verarschen? Wer ist das? Jetzt lässt die Lisa hier auch noch Blumen im Auto. Hey, was für Lisa? Ich kenn keine Lisa. Hast du was, Papa, zu tun? Nein, Papa, ich war die ganze Zeit bei dir. Ich habe keinen Bock mehr, das reicht. Mach das mit einer anderen. Ey, Schatz, warte doch mal. Schatz, warte. Siehst du, Papa? Alle Frauen sind gleich. Am Ende bleibt nur du und ich. So, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Das Video wurde natürlich voll. Smacked. Ich pause. Ihr wisst Bescheid. Danke dafür. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung. Gehört euch die Dinge. Ihr wisst Bescheid. Peace. Mama. Sag mal nochmal. Lauf mal. Peace. Jawohl. Peace. Peace. Jawohl. Pasen. Peace. Univ. Sanchez. See.